Echo Classic, nach Stars von morgen, Echo Classic, die ganz große Bühne, ganz großer Spaß. Ganz großer Spaß und das ist fantastisch, ein neues Abenteuer und es freue mich, dass wir so eine gute Besetzung haben. Wir wunderbare Sänger und Musiker und es wird ein toller Abend sein. Viel Spaß. Können wir aus Nina noch einen Sopran machen? Ja, vielleicht, jetzt moderiere ich, nächstes Mal Nina singt eine Opera mit mir. Was wäre die richtige Rolle für Nina? Was wäre das? Traviata wäre schön für sie auch, oder? Oder ein Mozart vielleicht, wer weiß. Lass sie jetzt nicht sterben am Ende, komm. Ja, 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 etwas... Obwohl, wenn du sie beweinst. Oder ein Rossini vielleicht, oder Cosi van Tutte. Wir machen sie von Cosi van Tutte. Nina, Cosi van Tutte. Mein Lieber, toi, toi, toi. Alles Gute, ja? Viel Spaß. Ciao. Ciao. Ciao.